Hey Leute, wir sind gerade wieder im Hotelzimmer und wir sind mega durch, wie jeden Abend irgendwie. Und ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass die, ich hatte heute mal die Panasonic mit dabei, die große Kamera. Aber in meinem Stückprogramm, was ich hier dabei habe, unterwegs, packt es das Programm nicht. Und deswegen gibt es heute bloß, so ich sage jetzt mal, ab der Hälfte des Tages, drei Viertel des Tages. Das zeige ich euch mal noch, aber das ist eine coole Sache dabei, mit der Dolphin, Thunderdolphin hieß die, ne? Oh, sind wir doch noch gefahren, die hat noch aufgemacht. Ich habe ein bisschen die Hand davor gekrallt, weil ich halt so Angst hatte, dass die rausfällt, deswegen mal bitte nicht wundern. Und ja, trotzdem viel Spaß und das andere kann ich ja gerne noch nachschieben, das sind so Tempel und Parks gewesen. Dann schreibt einfach drunter, wer ich zu Hause bin, noch nachpausen soll. Und man glaubt es nicht, aber ja, sie ist gelaufen. Den Ausschnitt, wenn es geklappt hat, seht ihr jetzt. Okay. Alter, der erste war übertrieben. Alter, der erste war übertrieben. Boah, hier ist doch scheiße. Boah! Ey, wir gucken uns jetzt welche Rekretz. Wir sind ja noch im Tokio-Dom und hier ist so Cosplay-Action. Ohne Scheiße viele Cosplayer unter uns. Das ist so hammergeil. Das kann man jetzt ganz schlecht sehen. Aber jeder zweite hier ist im Cosplay. Richtig geil. Oh yeah. Gib dir, Alter. Käsekuchen vor allem drin. Käsekuchen, Eis und... Oh, das ist so geil. Ich habe kein Eis. Ah, bei mir ist das Eis nicht drin. Nein. Ich habe auch ohne Eis genommen. Ich wollte eins mit Eis. Nein. Ich wollte Karamell. Dann nehmen sie halt noch einen. Ja, dann können sie ja. Wir sind hier im Urlaub, ne? So viele Cosplayer. Geil. Der weiße Power Ranger. Und wir sind doch wieder in der Arkade-Spielhalle gelandet. Das war ein Ding in der Anson. Ja, Mann, komm schon. Ja, Mann, komm schon. Ja, Mann. Komm schon. Kling, komm schon. Ja, Mann, komm schon. Gib doch um. AchIND mitten. Ja, Mann, komm schon. Du war. Opa und Schitter. Ja, Mann. Tanling��. Ja, Mann.